E.G. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13, 9 Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bringe, was du findest. Finde es, folge ihm und bringe, was du findest. Finde es, folge ihm und bringe, was du findest. Das ist ein anderes Schaf. Kann man nachvollziehen, was du tun kannst. Finde es, wenn es das nicht gibt. A.J. A.J. Das war's für heute. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah. Wir können im Moment nichts tun. Wir können im Moment nichts tun. Wir kriegen ihn! Hör erst auf, wenn Sie tot sind! Ihr seid tot, ihr Arschwecker! Passt gut auf! Jetzt komme ich! Nichts! Ich wette, das sind die Rebellen! Die verarschen uns! Nichts! Oh! Sir! Wir haben genug Sprechstoff hier, um den Elefanten auf den Mond zu schießen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand auf dem Funkdruck drängt und den Sender zerstört. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020